Hallo Leute, ich war im Lager, bin zurückgelaufen und habe alles gemacht, was ich da so machen wollte, wegräumen und so und dann vielleicht noch was angestoßen und wollte dann wieder hoch zum Richtung Uralten und da habe ich hier noch ein Kupfervorkommen gefunden, aber naja, da habe ich schon abgebaut und jetzt muss ich doch wieder zurück. Ihr guckt mal das Logo, dann gehen wir auf Großbildschirm. Ja, da können wir jetzt nur schauen, dass wir wieder ans Lager kommen und Kupfer haben wir dann. War ich hier schon mal? So, jetzt habe ich ihn nochmal, naja. Aber war auch nicht so wichtig, nee, wir müssen hier lang. Ja, die Ausdauer ist immer knapp, da müssen wir mal was dran machen, glaube ich. Das heißt, wir laufen jetzt zurück zur Basis. Steht da in der Skelett? Könnte sein, oder? Mit Fahne? Nee, gar nichts ist hier. Was ist das denn hier? Ach, da ist wahrscheinlich nur ein Sonnenschein, ne? Okay. Und da haben wir ihn wieder. Und dann geht es in diese Richtung. Und Hürsch. Wieder keine Energie mehr. Beziehungsweise Ausdauer. Jetzt sind wir schon auf unserer großen Wiese, ne? Jetzt sind wir schon auf unserer großen Wiese, ne? So, Sweet Home, Home, Sweet Home. Da sind wir in unserem Lager, ne? Die Bienen Summen, die haben bestimmt wieder was zu essen für uns, ja. Ist hier runtergefallen, ja. Gut, das heißt, wir packen hier... Das ist voll. Haben wir hier noch Kohle? Nein, haben wir nicht. Wir müssen also Holz haben. Und dann... Kohle fertig machen. Oh, wir haben doch Holz. Fünf Stück. Sind sie zu schwer, der Kleine. Aber das ändert sich gleich, wenn wir da hier drinnen sind. 25, passt. Holz wieder wegpacken. Zehn haben wir noch. Aber Steine hätten wir gar nicht mitnehmen müssen, ne? Hier ist jetzt Kupfer. Wo haben wir den denn noch weg? Ach, der lag eben davor, ne? Genau. Wieso geht hier noch nix? Gut. Geht hier was? Nö. Der Barren war davor, den legen wir hier rein. Wir haben eine Kupferbahn, das ist zu wenig. Und können noch andere Dinge loswerden. Steine, kommen da rein. Hier haben wir noch ein bisschen Harz, den haben wir ja auch. Den können wir auch wegräumen. Den Honig drinnen. Und das Auge war hier irgendwo, ne? War das hier? Ja. So, der Honig war drinnen. Und ich habe hier auch den Fermentierer an. Das war jetzt falsch. Da wollte ich hin. Und hier ist der Honig, der da rein kann. Dann passt das. So. 23, 15, 15. Wir müssen unbedingt beim nächsten Mal hier Wildschwein Dörrfleisch essen, ne? Gut, hier können wir gerade ein bisschen reparieren. Ich hatte glaube vor, ne, warte mal die Beinschienen. Die habe ich in Bronze gemacht. Das war auch in der Folge. Und ich hatte vor den Helm noch zu kriegen. Warte, der war hier. Aber den kann ich leider noch nicht machen, ne? Bronze Helm. Da ist es. 5 Bronze, 2 Leder. Der ist aber dran dazu gekommen eigentlich, ne? Aber es fehlt uns das Kupfer. Und da geht es nicht weiter, weil keine Kohle drin ist. Aber die haben wir gerade geholt. So, jetzt geht es hier voran. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier alles drin ist, ne? So. Hier ist noch Kupfer drunter. Ja, das ist es erstmal, ne? Der ist voll. Das heißt, es packt da rein und das hat sich erstmal erledigt. Wir können hier nochmal nach Essen gucken, oder? Aber da ist nichts. Aufwerten geht sowieso nicht. Das ist schon mal alles schön. Hier können wir nochmal reingucken. Aber da ist, glaube ich, auch nichts. Das war erledigt. Hier ist noch ein Baggen. Das war nochmal Zinn. War alles weggeräumt? Das war wohl alles weggeräumt. Ist das jetzt die erste Kupferbahn? Nein, das ist immer noch Zinn. Aber da können wir ja schon wieder Material reinhauen, oder? So. Ist wieder voll. Kann es hier wieder reinlegen. Gut. So, das haben wir alles erledigt. Der Fermentierer, der braucht wohl noch. Die leckere Metmischung kommen da rein. Hier ist alles gut. Wir haben 16 Feather. Okay. Lass uns mal gerade auf die vier gehen, den Hammer rausholen und gerade mal schauen, was wir noch bauen könnten. Die Holzstöße ist klar und Steinhaufen. Hölzer, eine Drachenverzierung. Okay. Das ist ein Skigard. Palisadenwall. Hier mal eine scharfe Pfähle. Die könnte man machen. Ach, ein Portal. Okay, da fehlen uns nicht viele Sachen. Okay, da sollten wir drüber nachdenken, das dann hier aufzubauen. 10 Augen, 20 Edelholz und zwei Kerne. Wo haben wir die? Die sind draußen. Und die waren hier, oder? Ja. Die waren. Dann war noch Edelholz gefragt. Kernholz. Edelholz, aber da war nur eins. Das heißt, das reicht definitiv nicht. Und Edelholz war aus dem dunklen Wald, oder? Ja. Es ist aber dunkel, das jetzt nicht so schön da hinzulaufen, oder? Lass uns mal eine Runde schlafen hier. Jetzt ist auch gleich das Kupfer fertig. So, guten Morgen. Dann lass uns gerade auch rausgehen wieder und in die Kiste die Dinger packen. Das macht ja keinen Sinn, hier jetzt mitzuschlüren. Wir brauchen jetzt Edelholz, aber das war nicht die Wirke, oder? Warte, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Da sieht es noch eine Birke aus. Oder vertue ich mich? Hier ist auf jeden Fall eine Birke. War die Birke aus Edelholz? Wir werden es gleich wissen. Wir werden es gleich wissen. Das war das Edelholz, glaube ich. Ja, da ist Edelholz. Das heißt, wir müssen noch eine Birke haben. Das sind keine Birke, ne? Das sind Buchen, ne? Wo sehe ich denn hier noch eine Birke? Das sind alles Buchen. Ich bin jetzt erwischt, oder nicht? Ja. Haben wir auch eingesammelt. Habe ich nicht gerade eine Birke hier gesehen? Buche. Da leuchtet die Birke. Da rechts ist auch noch eine. Hier sind mehrere. Was ist da für ein Häuschen? Da steht ein Häuschen links. Was ist da für ein Häuschen? Da geht's. Da geht's. Da geht's. So, Sonne geht auf, sehr schön. Hier war ein Häuschen, habe ich gesagt. Aber ein zerfallenes. Wo sind sie denn für welche da links? Wo sind sie denn jetzt? Wo ist der andere? Da war doch noch einer, oder? Alle weg, oder? Das waren die, die da wohnten. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Damals hatte ich Angst, dass die zu stark sind. Ich weiß es noch. Mittlerweile ist es schon so, dass die einen umlaufen. Du glaubst es nicht, oder? So, dann lass uns gerade mal gucken, was hier los ist. Da ist ja noch einer. Das hätte ja wieder gut geklappt. Vor allem, wir haben es mal wieder geschafft, ohne Energie hier zu sein. Was war das? Na, wenn der mich trifft, dann bin ich tot. War jetzt nie so eine dolle Idee. Wieso habe ich denn wieder keine Essenssachen? genau so eine roh. Diese Uhr ist. Da sind wir sicher. Und wir haben wieder der Schritte. Wer als auf dem Fall war, daran herausgefallen. Hier steht die Frage. Die Frage ist auch, was wir können. Untertitelung des ZDF, 2020